Müller, Wagenknecht, Schulz, Domen. Nein, das ist es nicht. Wo Gürkchen wohnt, kann man die Namensschilder nie aussprechen. Ich dachte, das war in der Wohnung davor. Nein, nein, in der auch. Dann war da oben sogar gar keine Steigerung. Nein, nicht wirklich. Haben Sie zufällig meine Frau gesehen? Wenn Sie sie sucht, wird Sie sie sicher auch irgendwann finden. Oh, davon gehe ich auf. Sie findet mich immer nur. Ab und zu ist es gut. Wenn ich sie zuerst finde, wissen Sie... Manchmal glaube ich, der Kerl macht das mit Absicht.